Rubi Ri, mein Freund! Wer ist das? Niklas Süle! Wer ist Niklas Süle? Rubi Ri! Neue Rekorde, hast du gesehen? Wenn er aufhört, weiß ich, was er macht. Jetzt bist du natürlich eins, zwei mehr. Weiter, weiter, Rubi! Wie viel? Seid ihr bereit schon? Ja. Mach ich schon oder? Wirklich? Schau, was du machst. Der ist verletzt. Oh, ich kann nicht mehr spielen. Oh, ich hab mich wirklich auf den Bein gehauen, ey. Ich hab' gemme am Urlaub. Oh, fand ich schlecht. Ja. Aber du musst gar nicht so fest. Außer, dass du driften. Naja. Krass. Krass. Komm, na jetzt. Siebzehn. Siebzehn? Okay. Siebzehn, das schaffst du locker, Frank. Wurft. 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 Also, wenn er aufhört, weiß ich, was er macht. Das ist... Ich hab' gearbeitet in drei Monaten mit meinem Vater. Schreiner? Auf der Strasse. Und siebzehn auch, oder was? Du, neun. Wurft. 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 Drei. Seks. Neun. Willst du mehr? Ich weiß nicht. Neun ist okay, oder? Neun und... Was ist das Rekord? Achtung. Uff. Neun. Neun. Zwölf. Fünfzehn. Das sind fünfzehn. Warte, warte. Was ist hier noch? Achtzehn? Achtzehn, noch drei. Ja, noch drei, genau. Neun, neun. Neun sind wir bei Lukas. Eine. Ach, aber nur mit einer Hand, ne? Jaaa! Hast du gesehen, oder? Ja! Mehr, mehr! Wer ist das? Niklas Schüle? Wer ist Niklas Schüle? Wer ist das? Niklas Schüle, ey. Neunzehn. Tja, noch drei, oder? Zweiundzwanzig. Fünfundzwanzig? Nein. Ja, probier, probier. Du schaffst. Fünfundzwanzig. Schau, ihr kriegt ja halt. Das geht locker. Tschau. Boah! Oder? Passt. Wieso probieren wir noch einen? Muss. Die erste war gut. Neunzehn war schon gut. Zwanzig, oder? Das sind zwanzig. Zwanzig, ja. Zwanzig, ja. Zwanzig, ja. Dann zwanzig. Zwanzig. Fünfundzwanzig. Ja, dann lasse ich Frank jetzt. Die ist schwer. Yes. Zweiundzwanzig. Aber schaffst du auch? Ja. Machst du einmal, zweiundzwanzig? Ja. Machst du einmal, zweiundzwanzig? Na, sofort, ey. Wie stark oder wie das? Das ist Druck. Sofort. Puh, du musst so machen und dann schnell. Andere Hand. Mach hier. Du musst schnell machen. Fünf. Zwanzig, das ist gleich wie du. Ja? Ja. Probier noch einmal. Du musst den Rekord, sonst nichts. Zehn habe ich hier. Zehn? Das ist zehn, das ist 15, das ist 20. Noch zwei. Drei. Okay. War okay? War okay? War okay? War okay? War okay, ey? Ja. Ja. Warte, ich habe... Jetzt wirst du natürlich eins, zwei mehr, ne? 25? Ja, ich versuche. Ich bin aber eng. Ja. 25 war, Brolle. Ja, war gut. Natürlich war gut. Wieso noch mal? Oh ja, links oder rechts, ne? Ja, sag dir, ist komisch. Ich bin Linkshänder, aber vielleicht rechts stärker. Eins, zwei, drei. Du sagst Zwischenzeit, ne? Ja, genau. Einer hat die Hand noch in den Hosen, das ist ganz okay. Ja, aber der macht auch nichts, ne? 30 Sekunden. Du musst ja schon mehr machen als David. Davies meinst du, oder? Ja. Was ist viel? Über zwei, knapp über zwei. Das ist Zeit? Das wird schon schwer, ne? Gleich eine Minute. Gleich eine Minute. Merkt ihr schon? Ja. Was kommt bei dir? Das wird schwer. Eins, zwölfzehn. Ich glaube, ein bisschen Krampf kommt jetzt fast. Krafttraining. Nicht genug im Fitness. Tut weh hier. 1,30. Sag nicht, warte, warte bis zwei. Uuuuh. Jetzt ein bisschen... Bier fängt schon an zu... Zwei. Was ist jetzt? Jetzt ist zwei? Zwei Minuten. 2,15. Was ist das Rekord? 2,31. 2,20. Was ist der Rekord? 2,31. 25. Du musst ja auch einen Eier besiegen. Nein. Nein. Wir hören zusammen auf. Wir sind ein Dürer. Natürlich. Wir haben gerade geknackt. Wir haben gerade geknackt. Jawohl. Weiter, weiter, Robben. Drei Minuten, oder? Sag drei Minuten. Wie viel? 3,40 Minuten. Oh, das ist krampft. Ich kann nicht mehr. Gut, drauf. 3,3. Drei Minuten. Ich könnte noch zehn Sekunden, aber drei Minuten ist gut. Ja. Ja. Robben. Robben, mein Freund. Robben. Das ist ein neue Rekord. Hast du gesehen? Ja. Bei allen. Alle drei. Diese, diese und diese. Ja, ja. Wow. Bruder, hier. Null Rekord, Bruder. Null Rekord, ja. Aber bitte, David. Jetzt muss mehr als eine Minute. Mein Kind ist auch eine Minute. Hallo. Meine Tochter drei Monate. Vielen Dank euch. Perfekt. Ja, danke schön.